Hallo Leute, ich bin's, Egi Etianek. Heute mal mein erstes Video auf meinem Kanal. Ja, hier natürlich mit den Katalist-Skin. Ich habe gerade NFL Rumble gespielt. Wir zocken mal ein bisschen Solo, würde ich sagen. Und ja, Modes hier. Das sind meine Modes. Nicht viele. Ein Auge zwinkern. Lasst euch mal, äh, lasst euch mal. Ah ja, guckt mal meine V-Bucks, Leute. Ich werde vielleicht auch was verschenken. Mein Deutsch ist halt halt nicht das Beste. Aber, okay. Ich werde doch vielleicht, wie gesagt, was verschenken, wenn ich zwei veraktiviert habe. Und ja, eigentlich warte ich ja nur auf den nächsten richtig, richtig, richtig geilen Shop. Damit ich mir da was einigermaßen Gutes holen kann. Weil mein Account, der ist ungefähr jetzt schon 300 Euro wert. Und ich will halt nur ein bisschen aufpeppen. Von daher, wenn es euch gefällt, wie gesagt, lasst ein Like da. Abonniert mich auch gerne. Das ist alles kostenlos, Leute. Weil Support ist halt kein Mord. Wie iCrimax immer sagt. Und ja, wir sind auch schon jetzt in der Runde. Zum Loading-Screen, wenn man nur ratscht. Ich bin auch jetzt halt übrigens auf PC. Äh, nur gewechselt. Aber mein Ping geht immer hoch. Ihr seht's hier so. Da. Ein Ping, der ja absolut der Ehemann. Äh, ich lande. Äh, ne, da lande ich nicht. Obwohl, komm, doch. Ist halt eigentlich so mein Geheimspot. Da ist halt immer eine Chest. Und dann kann man, ich verrate's euch jetzt einfach, weil da könnt ihr mich auch auf und zu markieren. Wenn ihr mal eine Runde seid. Also da lande ich halt immer. Dann geh ich immer da hin. Dann ist wahrscheinlich auch halt immer an der Brücke irgendwas, was man gebrauchen kann. Ob Mette oder so. Danach geh ich rüber zu dem Haus halt immer. Deswegen lande ich immer hier. Oha, Digga. Ihr seht schon da oben so oben. Bisschen weiter links wie Mitte. Geht schon wieder mein Ping absolut in die Röhr, Alter. Digga. Das kommt jetzt hoch. Ich versteh nicht warum. Wahrscheinlich. Okay, da ist komm. Ja, ich hab noch eine graue Art Air gesehen. Komm noch auf. Ja. Ich bin noch kompletter Bot. Von daher erwartet nichts. So, guck Gott, dann mag ich halt Resumann. Runde. So. So. Kann man hier halt immer so. Weil sie sind immer Autos. Kann man auch schnell die Mets mitnehmen. Hier hab ich doch gesagt. Da kann man immer was gebrauchen. Muni, Mets, Deal. Weapons alles mögliche. Okay. Das find ich so geil an diesem Spot. Dann, hier auf der Schädestpunkt auch noch mal ein Eisen. Weil sie mal ein Eisen braucht. Dann hier auf dem Ding liegt auch meistens eigentlich was, wenn man mal vermetzt. Hier Muni. Dann ist hier in dem Haus eigentlich meistens immer eine Truhe. Plus Mets. Hier so. Guck hier. Es lohnt sich einfach. Es lohnt sich einfach. Mehr kann man dazu nicht sagen. Es lohnt sich einfach so hart. Guck schon. Guck mal. Dann schwimm ich halt meistens hier rüber. Jetzt sind hier auch noch mal Pumets. Es lohnt sich so krass hier an dem Spot zu landen. Du bist halt schon so perfekt ausgestattet. So. 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 Da. Wenn man hier in der Liste. So. 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 dann greif ich halt meistens so ein Solti noch ein bisschen an oder ein. Da ist zum Beispiel einer. Guck mich jetzt aber nicht so hart. Ich bin jetzt nicht so gut, also ich schaff wahrscheinlich nicht mal ein Kill. Ohne Tag. Bei Tag bin ich halt schon relativ gut. Wow, ich bin besser wieder. Okay, der hat hier irgendwo hingeschmissen. Was hat denn der so für gut? Hatte ihn gezählt? Das Kampf Ehrenmann. Okay, da ist auch einer. Ich zeig doch heute, ich bin wirklich gut. Diese kleine dumme Runde jetzt mit fucking Kill State. Ich kann halt nicht bauen. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich hab keine Falten mehr. Ich mal zum Beispiel. Ich halte gut, ich werde malenkanen. Ich hab nichts mehr mit mir ver훈 가zie. Mit dem. Als wenn ich schon viel Kitz gemacht habe. Ich habe Angst, das aufzubauen. Ich habe keinen Mund mehr. Ich habe keinen Mund mehr. Ich habe keinen Mund mehr. Ach, Digga, von beiden Seiten, ja? Digga, der hat 1 AP, ja? Immer von mir. Digga, was ist das? Ich muss bauen lernen, Leute. Ich muss definitiv bauen lernen. Ach, egal. Hm, kann man nichts machen. Egal, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, und mir hat es jetzt halt das Gameplay nicht so gefallen. Wie gesagt, ich bin komplett ein Noob auf Mausentastatur. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Und ich hoffe, euch gefällt das Format, dass ich jetzt hier ein bisschen Fortnite spiele und so auf Mausentastatur. Ich kann auch auf Controller spielen, aber ich will jetzt erstmal so Maus und Tastatur bleiben. Jedenfalls, ja, bis zum nächsten Video. Ciao!